Das hier ist die Saucegun. Ein Highlight für jede Grillparty. Und so sieht es hinter der Verpackung aus. Natürlich finden wir das eigentliche Gadget, die Saucegun und zwei kleine Kartuschen für Ketchup sowie für Senf. Möchte man nun mit dem Gadget? Naja, schießen, so muss man es erstmal beladen. Dafür eine der zwei Kartuschen entweder mit Senf oder mit Ketchup füllen und es in das Gadget einlegen. Das passiert mit einem kleinen Hebel auf der Unterseite. Diesen zurücklegen, das Gadget öffnen und die Kartusche einlegen. Danach wieder verschließen. Ist nun eine der zwei Kartuschen eingelegt und alles wieder richtig verschlossen, so kann das Servieren auch schon beginnen. Dazu ganz einfach den oberen Verschluss öffnen und das Gadget abfeuern. Sofort kommt oben ein wenig Ketchup bzw. Senf heraus. Ist man mit dem Servieren fertig, lässt sich der Deckel ganz einfach wieder verschließen. Und nun zum Fazit. Mir persönlich gefällt die kleine Saucegun. Sie sieht klasse aus und bietet Platz für zwei Kartuschen, die sowohl mit Senf als auch mit Ketchup abgefüllt werden können. Außerdem kann man sie natürlich auch mit anderen Soßen laden. Für einen Preis von 14,95 Euro ein echtes Highlight für jede Grillparty. Und zwei Stunden. Zischen nochmal rein. Cecil im